vielen dank ich bin sehr gerne in heidelberg und ich bin sehr gerne immer wieder in diesem haus aufzutreten auf zwei sachen kann man sich immer verlassen wenn ich nach heidelberg komme das wetter ist immer schön und der saal ist immer voll das so es hat sich nicht nicht hat sich daran geändert jedes jahr wenn ich komme egal ob ich im frühjahr oder im herbst strand blauer himmel und volles haus und es finde es sehr schön dass trotz ukraine krieg trotz inflation trotz energiekrise und umweltkrise und all diese themen die auch sicherlich sehr wichtig sind dass man auch nach wie vor auch weiß dass es auch andere wichtige themen für das zusammenleben und für den weltfrieden sind und die entwicklung des islam ist eines dieser themen es war ein sehr ambitioniertes projekt für mich die geschichte des islam von mohammed bis heute zu erzählen und das in eine sprache zu tun die für jeden zugänglich ist so dass man nicht ein vorwissen haben muss um die gesamte geschichte des islam zu verstehen das ist keine leichte aufgabe also viel viel leichter ist es vielleicht 20 bänder zu machen akademische sprache so dass man nach 20 minuten sagt ach ich will diese geschichte ich von dieser geschichte nichts erfahren das ist mir zu kompliziert das zu vereinfachen ist ist wirklich die schwierige arbeit die sehr viel zeit und energie gekostet hatte und natürlich sehr viel forschung und sehr viel die spracharbeit wenn ich ein buch schreibe die geschichte beginnt immer damit dass ich ein paar fragen habe die ich mir selbst stelle und ich will eine befriedigende antwort auf diese frage bekommen die erste frage die sich in diesem buch stellt ist wie ist der islam wirklich entstanden und wer war mohammed was wissen wir historisch gesichert relativ wenig deshalb musste ich die geschichte des islam eigentlich rekonstruieren und dabei nicht auf islamische quellen aber auch auf byzantinische quellen aus auf syrische quellen teilweise armenische und koptische quellen damit man schon diesen puzzle zusammen stellen kann denn mohammed ist genauso wie jesus eine figur wo man auch die historizität dieser figur auch in frage stellen kann und es gibt dafür auch gute argumente das ist mohammed womöglich überhaupt nicht gegeben hat oder wir wissen ganz wenig aus wirklich historischen quellen nicht aus religiösen erzählungen über mohammed wir wissen dass er ein händler war wir wissen dass er ein krieger war und wir wissen dass er arabische armeen zusammengeführt hatte um jerusalem zu erobern das ist das einzige was die historiografie uns über mohammed erzählt der rest erzählen uns muslimer die erst 150 jahren oder teilweise 200 jahren nach mohammed gelebt haben sie muslimer musste diese figur mohammed neu erfinden damit er zu den politischen und gesellschaftlichen begebenheiten im abassisten reich im achten und neunten jahrhundert Die zweite Frage, die sich gestellt hat, und da die Forschung ist geteilt über diese Frage, kam zuerst die Religion des Islam und danach das Imperium der Araber oder war es genau umgekehrt? Dass zuerst die Eroberungswelle der Araber kam, das Errichten eines Reiches, und dann braucht man eine Religion, die die Kulturen dieser Identität schärft, einen gemeinsamen Nenner sozusagen für diese Kultur. Die Frage ist noch nicht endgültig beantwortet. Es gibt gute Argumente, dass der Islam zuerst entstanden ist und aus dieser geistigen, eifrigen Bewegung die Eroberungswelle losgetreten war. Und es gibt die andere These, nein, es waren zuerst die Nomaden, teils Heiden, teils Christen, die Araber, die sich zusammengetan haben, um sich von Byzanz unabhängig zu machen und um diese Machtlücke, die aus der Schwächung von Byzanz und Persien, Sassaniden weicht, irgendwie diese Machtlücke zu füllen mit einem neuen Reich. Und dann kam die Religion, um eben die Rolle des Identitäts stiftenden Element. Also meine These ist es, dass beides eigentlich gleichzeitig geschah. Das politische Projekt war da, Mohammed, der Religionsstifter, versprach die zerstrittenen Araber ein Großreif und brauchte dafür eine geistige, eine neue geistige Identität, eine neue sprachliche Identität. Und das war die Religion des Islam, die eigentlich als ein Reformversuch des Christentums begann und dann sich später vom Christentum loslöste. Das ist nicht neu bei der Entstellung einer neuen Religion, also das Christentum ist eigentlich genauso entstanden. Jesus war nichts anderes als ein jüdischer Reformer. Und seine Reformbewegung hatte dazu geführt, dass eine neue Richtung entstanden ist, die sich später Christentum genannt hatte. Und so gesehen ist nicht wirklich Jesus der Gründer dieser Theologie, sondern vielleicht Paulus. der später die Strukturen und die Theologie dieser neuen Religion dann gefeilt hatte. Und das gleiche kann man auch über den Islam sagen. Dass Mohammed tatsächlich da als politischer Anführer, auch als geistiger Anführer, Aber erst nach ihm, erst mit dem Imperium, kam Fleisch und Knochen zu dieser Religion. Oder Fleisch und Blut, die Knochen waren schon da zu Mohammed Zeit. Und irgendwann im 8. Jahrhundert, Ende des 8. Jahrhunderts, kam ein Umayyaden-Kalif namens Abdel Malik. Und Abdel Malik, das war, kam an der Macht ungefähr 60 Jahre nach dem Tod von Mohammed. Abdel Malik war in einer Krise. Es gab unglaublich viele Revolten gegen ihn in Mekka und im Irak und selbst in Damaskus, wo er geherrscht hatte, wo die Umayyaden ihre Hauptstadt hatten. Und in Mekka wurde sogar ein Gegen-Kalifat ausgerufen. Das heißt, wir hatten zu diesem Zeitpunkt zwei Kalifaten. Ein Kalifat in Mekka und ein Kalifat in Damask. Und es war ein Riesenproblem für die Umayyaden, weil die Pilger, die nach Mekka kamen, haben sich sehr schnell mit dem Gegen-Kalifen Abdullah ibn Zubir, heißt er, verbündet. Und das schwächte Damaskus weiter. Also musste man die Konturen des Islams verändern, um mit dieser Situation umzugehen. Da brauchte man eine neue heilige Stadt, die wie eine zweite Mekka für die Muslime dienen könnte, sodass die Pilgerfahrt statt nach Mekka lieber nach Jerusalem kommt. Und da entdeckte man Jerusalem. Es war zu diesem Zeitpunkt, lange nach dem Tod von Mohammed, dass die Legende von Jerusalem als heilige Stadt des Islam geboren. Zu Zeiten von Mohammed hieß Jerusalem nicht einmal Jerusalem und die Araber wussten nicht viel von dieser Stadt. Aber zu Zeiten von Abdelmalik, da wurde der Schelsendom aufgebaut und wer mal in Jerusalem war, konnte diesen Schelsendom besuchen und alle Inschriften dort fotografieren und irgendeinem arabischen Experten fragen, was steht da. Das sind nur noch Verse, die sich gegen das Christentum richten. Verse, die sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Verse, die sagen, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Es war erst da, dass tatsächlich der Islam sich endgültig vom Christentum losgelöst hatte und sich als eine eigenständige Religion etabliert hatte. Erst dann entstand diese Gesetzgebung, dass die Christen und die Juden eine Kopfsteuer, eine höhere Steuer bezahlen als Muslim. Also historisch gesehen, die Belege, die wir haben, sagen, dass zum ersten Mal diese Chizia, dieser Kopfsteuer, zu Herrschaftszeiten von Abdelmalik erhoben wurde. Das ist Politik. Der Islam ist nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern ist ein Kind der Weltgeschichte. Der Islam ist ein Kind des persisch-pozantinischen Konfliktes. Der Islam ist theologisch gesehen ein Kind der theologischen Debatten innerhalb der christlichen Gruppe im siebten Jahrhundert. Der Islam ist ein Kind der Theologie der Apokalypse, dass man auf den Weltuntergang im siebten Jahrhundert gewartet hatte. Warum wartete man sowohl Juden als auch Christen auf den Weltuntergang? Es gab einen brutalen Krieg zwischen Persien und Byzanz und da gab es so viele Opfer. Und das ist genau so, das kann man sich vorstellen. Da begann der Krieg zwischen Russland und Ukraine und da hat man schon in Deutschland den Weltuntergang kommen sehen und der atomare Krieg und so weiter. Es war damals nicht viel anders. Die Juden waren unter dem persantinischen Reich sehr unterdrückt und sie warteten schon auf den Messias, auf den jüdischen Messias. Und die Christen warteten auch auf die Rückkehr des christlichen Messias. Und der Islam ist genau mitten dieser Debatte, dieser Ängste, dieser apokalyptischen Stimmung geboren. Und deshalb gibt es so viele Verse im Koran, die von der Apokalypse sprechen und den Weltuntergang herbei beschwören. Der Islam ist aber auch ein Kind der arabischen Wüste und der Bedürfnisse der arabischen Wüste. Es gab nicht die Araber als eine Einheit vor Mohammed. Es gab unterschiedliche arabische Stimmen im südlichen des arabischen Inseln, in der Mitte und im Norden. Die nördlichen Araber waren zivilisierter, hatten mehr Umgang mit Byzanz gehabt. Es gab auch Araber, die sich eher mit dem Persischen Reich verbunden haben. Und die waren auch teilweise sesshaft. Und es gab die Beduinen, die in der Mitte Arabiens gelebt haben. Und es gab eine unglaubliche wirtschaftliche Katastrophe für die Araber, die schon eigentlich mit dem sechsten Jahrhundert angefangen hatte und sich auch auf den siebten Jahrhundert ausgedehnt hatte. Es gab eine unglaubliche Dürre im Süden Arabiens und im Bereich Jemen. Und viele junge Araber mussten in den Norden emigrieren. Das ist etwas, was man nicht immer bedenkt, wenn man über die Entstehung einer neuen Religion nachdenkt, dass es auch existenzielle wirtschaftliche und soziale Gründe dafür gibt. Es geht nicht nur um Theologie und Ideen. Ideen spielen erst eine entscheidende Rolle, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt auf der Weltbühne präsentiert werden. Und das hat genau der Islam gemacht. Er kam mit sehr starken Ideen, die zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind, wo die Menschen in Arabien, aber auch in der Umgebung drumherum darauf gewartet haben, dass ein Umbruch stattfindet. Dass es eine Alternative zu Persien und Byzanz gibt. Dass diese jungen Araber, die in Honga lebten, eine wirtschaftliche Perspektive bekommen. Und Mohammed hat tatsächlich beides kombiniert. Es gab ein spirituelles Bedürfnis für die Menschen, aber es gab auch wirtschaftliche und politische Ambitionen und sie trafen sich. Und da kam eine Trinität zusammen, die das Schicksal des Islam bestimmt hat. Und diese Trinität besteht aus Glaube, Stammesbewusstsein und Kriegsbeute. Wirtschaft, Geist und Tradition. Und das ist die Genialität von Mohammed, dass er Elemente des Christentums und Judentums, Elemente des Monotheismus, mit alten heidnischen Ritualen der Araber vermischt hatte. Die Pilgerfahrt nach Mekka läuft heute genauso wie zu den Zeiten vor Mohammed. Die gleichen Rituale, der Gang um die Kaaba und Safa und Marwa, alle Rituale von der Pilgerfahrt in Mekka, die gab es auch vor Mohammed. Nur wurde das monotheistisch angehaucht. Dann kam das wirtschaftliche Projekt. Zuerst beginnt man mit der Einigung Arabiens. Das konnte jetzt stattfinden. Die Mohammed-Vorfahren haben versucht, Arabien zu einigen, lange vor ihm, aber ihnen nicht gelungen. Weil als politisches Projekt alleine war das nicht attraktiv. Weil das ist ja Stammeskultur und jeder Stamm will vorne sein. Wer wird der König? Aus welchem Stamm kommt der König? Wenn Sie heute die Struktur in der Herrschaft in der arabischen Welt sehen, da herrscht immer ein Stamm. Die Saudis in Saudi-Arabien, die Sanii in Katar, die Jordanien, die Hashimiten, in Marokko, die Alawi dynastie, und in Kuwait als Sabah. Also in jedem arabischen Land, außer ein paar Länder, aber vor allem auf der arabischen Halbinsel, da herrscht ein Stamm, der die Macht an sich gerissen hatte, auch im Namen des Islam. Und das war damals, zu Zeiten von Mohammed, attraktiv. Denn Mohammed hat den Leuten nicht nur versprochen, Arabien zu einigen, sondern auch aus den Arabern ein Weltreich zu machen. Und er begann sein Projekt aus, mit Razzien und Kriegsführung gegen die arabischen Stämme, die nicht auf seiner Seite waren. Und das war sehr lukrativ für die anderen Stämme, die auf seiner Seite waren. Es gab wahnsinnig viel Kriegsbeute. Und man hat gesehen, Mohammed ist das ziegreiche Pferd auf der arabischen Halbinsel. Und wir müssen auf seiner Seite stehen. Mohammed predigte in Mekka 13 Jahre lang und hatte nach 13 Jahren nur 100 bis 150 Anhänger, nichts mehr. Aber als er nach Medina ausgewandert war und eine Armee gegründet hat und sich mit starken arabischen Stimmen, kriegerischen Stimmen verbündet hatte und seine ersten Kriegszüge angefangen hatte und die erste Kriegsbeute oder erbeutet hatte, da plötzlich kamen Tausende aus allen Ecken der arabischen Insel und haben sich seinem Projekt, seine Armee angeschlossen. Und es war ein Schneeball, der immer größer wurde. Und deshalb waren es nicht allein die Ideen oder die geistige Kraft, sondern die Kombination von starken Ideen und einem wirtschaftlichen und politischen Projekt. Das ist das, was der Islam zu dieser schnellen Ausbreitung am Anfang verholfen hat. Aber der Islam konnte sich nicht von seinen tribalen Strukturen lösen. Sehr bald haben sich zwei einflussreiche Stimmen gegeneinander gekämpft, um die Deutungshoheit über den Islam, aber auch um die Herrschaft über die Welt zu erlangen. Der Stamm der Umayyaden und der Stamm der Hashimiten Die Hashimiten ist der Stamm, aus dem Mohammed selbst stammte. Und die Umayyaden, das waren die reichen Händler in Mekka, die eine sehr gute, starke Verbindung zu Byzanz, zum römischen Reich hatten, die auch Ambitionen hatten, einen Reich zu errichten, der wie das römische Reich ist. Am Anfang gewannen schon die Umayyaden und haben die Herrschaft erlang. Aber sie haben einen Riesenfehler gemacht, nämlich sie haben die Schiiten, also die Anhänger Ali, also die frühe Hashimiten, unterdrückt. Sie haben aber auch die Perser unterdrückt, die auch den Islam angenommen haben. Und die Perser fühlten sich dem schiitischen Islam näher, weil die Opferhaltung im schiitischen Islam genau dem entsprach, was die Perser als Erfahrung mit dem Frühislam gemacht haben. Unterdrückt zu sein, marginalisiert zu sein, an den Rand gedrängt zu sein. Und da haben sich diese zwei Gruppe gebildet. Die Schiiten und die Perser zusammen, die auch später Schiiten wurden, und die Hashimiten, die Familie Mohammed eigentlich, die zunächst außen vor blieb nach dem Tod von dem vierten Kalifen Ali. Dann haben die Umayyadi die Macht übernommen und haben tatsächlich aus dem Islam eine römische Religion gemacht, eine Herrschaftsreligion. Und Abdel Malik ist für mich vergleichbar mit Konstantin. Der, also das Christentum, erlebte drei Jahrhunderte lang die Situation einer Minderheit. Da wurde eine Minderheitentheologie entwickelt, die viel von Toleranz und Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit geprägt war. Aber als Konstantin das Herrschaftspotenzial innerhalb des Christentums entdeckt hatte, dann konnte er daraus eine Herrschaftstheologie machen und auch eine Unterdrückungstheologie. Und dann plötzlich war es vorbei mit Nächstenliebe und Toleranz und es gab die Religion des Reiches und jede Konfession, auch ihre christliche Konfession, die von Religion des römischen Reiches abgewichen war, wurde unterdrückt und wurde nicht geduldet. Abdel Malik war genauso. Er hatte auch Konstantin als Vorbild. Und er erkannte, wir müssen die politischen Kulturen des Islam stärken. Und aus dem Islam, der eigentlich am Anfang propagiert hatte, dass er eine Religion für alle Völker war, dass er nicht unterscheidet zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen Perser und Araber, das waren eigentlich die Grundgedanken von Mohammed, als er aufgetreten war. Aber da diese Religion innerhalb der Stammeskultur entstanden ist, konnte sich diese Religion von der Stammeskultur später nicht lösen, nicht emanzipieren und es kam, wie es kommen musste, zu diesem Kampf zwischen Hashemiten und Umayyaden, zwischen Shiiten und Umayyaden. Und da gab es diesen Bürgerkrieg, der sehr lange angedauert hatte, das Leben von vielen Muslimen auch gekostet hat. Und dann haben es die Abbasiden, die Hashemiten geschaffen, auch mit der Hilfe der Perser die Umayyaden zu beseitigen und die Herrschaft der Abbasiden zu befestigen, das Abbasidenkalifat. Und in dieser Zeit entstand die erste Biografie von Mohammed. Und in dieser Zeit wurden sogenannte Hadithe gesammelt, Mohammeds außer-koreanische Aussagen, und der Islam musste eine neue Theologie bekommen, die die Herrschaft der Hashemiten legitimiert und die Umayyadi verflucht. Und seit dieser Zeit ist der Islam eigentlich nichts anderes, als eine Herrschaftsideologie, die immer auf der Seite des Siegers steht und nicht so auf der Seite der Unterdrück. Was haben die Abbasidenkalifen gemacht? Der Kalif oder irgendein Prinz im Palast wollte irgendetwas machen. Sagen wir mal, da wollte jemand ein sechsjähriges Kind heiraten. Dann wurde eine Geschichte über Mohammed erzählt, die besagt, dass er ein sechsjähriges Mädchen geheiratet hatte. Soweit steht nicht im Koran zum Beispiel. Also war das erlaubt, weil der Prophet das angeblich gemacht hatte. Dann wollte jemand die Frau seines Sohnes heiraten. Dann wurde eine Geschichte dazu gedichtet, dass Mohammed die Frau seines Adoptivsohnes geheiratet hatte, von ihm geschieden und selber geheiratet hat. Dann war auch unter der Abbasiden Zeit der Bürgerkriege und der Revolte. Da wollte der Herrscher eine Theologie entwickeln, die die Revolution, Revolten, Aufstände verbietet. Dann müssen Hadithe erfunden werden, Aussagen von Mohammed, die nicht im Koran stehen, die sagen, du darfst nicht gegen den Herrscher aufbegehren, auch wenn er ungerecht ist. Auch wenn er ein Ehebrecher ist. Auch wenn er dein Geld stiegt. Ja, es steht alles, alles Aussagen des Propheten, in den anerkannten Sammlungen von Hadithen oder von außer-kohanischen Aussagen von Mohammed. Und so entstand diese Theologie, die nicht das Ziel hatte, tatsächlich aufzuklären, wer Mohammed war, nicht das Ziel hatte, dass die Menschen ein besseres Leben führen, sondern das einzige Ziel hatte, dass diejenigen, die die Macht haben, noch mächtiger werden und dass ihre Macht nicht infrage gestellt wird. Aber erstaunlicherweise, und gerade in dieser Zeit, wo unglaublich viel Ungerechtigkeit gab, wo viele Bürgerkriege gaben, die auch brutal niedergeschlagen waren, was die Schiiten alles erleiden mussten unter sunnitischer Herrschaft. Das ist unglaublich. Was die schwarzen Sklaven unter muslimischer Herrschaft erleiden mussten, das ist eigentlich historisch fast einmalig, dass eine Revolte, die sogenannte Sanaj-Revolte, Revolte der Schwarzen, das Leben von über eine Million Menschen gekostet hat, die brutal niedergeschlagen wurden, niedergeküppelt wurden, weil sie gegen die unmenschlichen Umstände, unter denen sie leben mussten. Die haben unter der Sonne in Bagdad und in Basra 45 Grad im Schatten arbeiten müssen und sie mussten in der Hitze unter der Sonne arbeiten, bis sie umgefallen waren. Da war kein Wasser da, da war nichts zu essen, da war keine gesundheitliche Versorgung und sie konnten das nicht mehr erdulden. Und dann sind sie aufgestanden und haben gegen das Abassidenreich revoltiert und die wurden brutal niedergemetzelt. Heute, wenn man weltweit über die Geschichte der Schwarzen und das Leiden der Schwarzen sucht, findet diese Geschichte kaum, obwohl sie dokumentiert ist, auch in den islamischen Quellen selbst. Weil nicht der Westen dahinter steckte. Und weil man gerne ein Leid thematisiert, nur wenn der weiße Mann dahinter steckt. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, damit wir auch diese Spiele nicht die Türe dafür öffnen. Also die Unterdrückung der Schwarzen seit dem weißen Mann war ein Verbrechen. Und die Unterdrückung des Schwarzen Mannes seit dem Muslim war auch ein Verbrechen. Und deshalb, ich sage das nur, damit man versteht, wie Erinnerungskulturen manipuliert werden. Wie man beliebig Täter-Opfer-Diskurse führt, nur um Gewinne in der heutigen Zeit zu machen, nicht um die Geschichte tatsächlich zu verrichten. Das hat es gegeben. Auch die Ägypter, die ägyptischen Kopten, haben zwei Revolutionen gegen das Abassidenreich. Auch beide wurden brutal niedergemesselt. Und die ägyptischen Kopten, ihre Dörfer im Nil-Delta wurden verbrannt. Ihre Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft und die Männer wurden getötet. Das hat es auch in dieser Zeit gegeben. Und wissen Sie, was auch genau in dieser Zeit geschehen ist in der islamischen Welt? Die größte Wissensrevolution, die die islamische Welt je gekannt hatte. Ab dem 9. Jahrhundert. Eine unglaubliche Übersetzungsbewegung. Die griechische Philosophie florierte. Es gab auf einmal eine neue Mittelschicht, die das Leben genießen wollte. In Bagdad im 9. Jahrhundert gab es mehr Kneipen als heute in der gesamten arabischen Welt. Da konnte man überall Alkohol trinken. Es gab Poesie-Wettbewerbe. Es gab erotische Poesie, homoerotische Poesie. Es gab sogar heretische Poesie und Polemiken gegen den Islam selbst seitens von Dichtern. Es gab im Palast des Kalifens einen Dichter-Wettbewerb zwischen einem jüdischen, einem christlichen und einem muslimischen Dichtern, wo jeder die andere Religionen kritisiert hatte und am Ende gewann der bessere Dichter, der die besten Argumente hatte und manchmal gewann der jüdische Dichter, der das Christentum und den Islam eigentlich alles falsche Kopien oder Flagiate des Judentums abgestempelt hatte. Und er musste nicht um sein Leben verschenken. Es gab ein Paradox in dieser Zeit. Totale Unterdrückung der anderen Ethnen, aber eine Offenheit für Literatur und Kultur und Philosophie. Und tatsächlich zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert war die, ich sage nicht die arabische Welt, weil das nicht die arabische Welt in dem Sinne, weil die meisten Untertanen, die unter den Araber lebten, nicht Araber waren. Die meisten Untertanen waren Perser, Christen und Juden und Berber. Und später kamen die Türken auch noch dazu. Deshalb ist die Bezeichnung arabische Kultur nur bedingt richtig, wenn wir die Sprache dieser Kultur bestimmen. Aber ethnisch gesehen war es überhaupt keine arabische Kultur. Die wichtigsten Wissenschaftler, die wir bis heute kennen, wie Avicenna oder Al-Farabi, Al-Ghorizmi oder Al-Khawarizmi, die waren alle Perser. Warum war es so? Weil die Perser trotz ständiger Kampf mit Byzanz vor dem Islam etwas sehr Geschicktes gemacht haben. Sie haben eine Akademie gegründet und die nannten das Akademie von Gundisapur oder Gundisapur. Die Perser können meine Aussprache korrigieren, die hier anwesend sind. Und in dieser Akademie von Gundisapur haben die Perser Lichtlinge aus dem Römischen Reich empfangen, die griechisch und persisch konnten. Das waren die syrischen Christen. Und diese haben angefangen, die Werke der Philosophie und der Mathematik und vor allem der Medizin aus dem Griechischen zu übersetzen. Und das hat eine Wissensrevolution in Persien schon ausgelöst, kurz bevor der Islam Persien und Byzanz erholt. Und als die Araber Persien und Byzanz besiegt hatten, haben sie diesen Schatz an Wissen gefunden. Und haben daraus, haben das weiterentwickelt, haben weiter übersetzt ins Arabische dann. Und da entstand diese Zivilisation, die tatsächlich in Medizin und Philosophie weit überlegen war, wenn man das mit Europa des Mittelalters vergleicht. Aber dann kommt die These, das war der Islam, der diese Wissensrevolution ausgelöst hatte. Und das ist nicht meine These. Meine These ist, das war die Vermischung der Kulturen und die Übersetzungsbewegung und die Neugierde einiger arabischer Monarchen, die auch großzügig Übersetzungsbewegungen unterstützt haben. Es war nicht der Islam, alles eine Religion. Sonst wäre diese Bewegung in Mekka oder in Medina entstanden, nicht in Bagdad. Warum in Bagdad? Das war früher Persien. Und das war die Stadt, die eine Art Mischkrug der Nationen war. Diese Vermischung von Perser, Juden, Christen, Araber, Berber und später Türken kamen auch dazu. Also diese Vermischung, das ist das, was Alexander der Große damals in der Levante gemacht hat. Diese Mischkrugationen, die eine Hochkultur zustande gebracht hatte. Damals in der Levante, da kamen auch Perser, Griechen und Phönizier zusammen. Und da haben sie in der Levante, da braute sich etwas zusammen. Und das ist das, was damals in den Persisch-Arabisch-Islamischen Gebieten stand. Ich vergleiche die Situation damals mit den Golfstaaten von heute. Herrscher, die viel Geld haben, die neugierig sind, die in Konkurrenz zueinander stehen, die große Türme bauen und jeder schaut, wer den größten hat oder den längsten. Sie machen Literaturveranstaltungen, sie machen, ich war vor ein paar Monaten in Dubai, da gab es diese Expo 2020, die größte Hightech-Messe der Welt in Dubai. Und ich war erstaunt, wie die künstliche Intelligenz weit gekommen ist. Und da sieht man dort alle möglichen neuen Maschinen und so weiter. Aber keine einzige Maschine war in Dubai entstanden, sondern die kamen aus Korea, aus Japan, aus Taiwan, aus China, aus Europa, aus Kanada, Australien. Die waren Gastgeber dieser Zivilisation, aber man kann nicht sagen, die im Rate ist dem Rest der Welt überlegen, was Technologie angeht. Die waren gute Gastgeber für diese Veranstaltung. Und die Araber im Mittelalter waren gute Gastgeber einer Hochkultur, die eigentlich von Perser, Juden, Christen und Berber und Araber zusammen zustande gebracht wurde. Und deshalb ist es nicht fair gegenüber den Persern und den Juden und Christen, die unter arabischer Herrschaft damals gelebt haben, zu sagen, das war eine arabisch-islamische Kultur. So entsteht Kultur auch nicht. Und mir geht es gar nicht um die Urheberschaft oder Urheberrechte dieser Kultur. Denn keine Kultur entsteht aus sich alleine heraus. Wo hatten die Griechen ihr Wissen her? Sie haben das von den alten Ägyptern. Und wo haben die alten Ägypter ihr Wissen her? Von den Sumerern. So entsteht Wissen. Das ist die Evolution des Wissens. Das Wissen erkennt die Grenzen der Kulturen nicht, sondern wandert und sucht sich neue Wege. Und wo das Wissen gute Gastgeber findet, da gedeiht das Wissen, entwickelt sich. Und die Araber, zusammen mit den Persern und den anderen Völkern und der arabischen Herrschaft, haben tatsächlich diese Wissensrevolution Schub gegeben. Und dadurch kamen auch diese Übersetzungen nach Europa. Und da entdeckte Europa das griechische Erbe. Und da löste sich in Europa dann eine Wissensrevolution, die aber einmalig in der Geschichte ist, im Tempo und in der Entwicklung. Deshalb, die europäische Kultur ist hybrid. Genau so wie die arabische Kultur hybrid war, so wie die ägyptische, so wie die griechische. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben diese Kultur zustande gebracht oder die anderen haben damit nichts zu tun. Es geht darum zu verstehen, dass es eine menschliche Kultur ist, die eine Evolution erlebt und irgendwann kam es zum Knick in der islamischen Kultur, dass man gesagt hatte, das ist alles unislamisch. Alkohol trinken überall, die Kneipen, der Tanz, die Musik, die erotische Poesie, die blasphemische Poesie, das wollen wir gar nicht. Das ist unislamisch. Das war der Anfang vom Ende dieser Zivilisation. Diese Zivilisation ist nicht zugrunde gegangen, weil die Mongolen im 13. Jahrhundert die islamische Welt angegriffen haben. Diese Kultur ist nicht zugrunde gegangen, weil die Kreuzritter im 11. Jahrhundert die islamische Welt angegriffen haben. Diese Kultur ist zugrunde gegangen, weil diese Kultur sich von innen versetzt hatte. Und weil diese Kultur auf die Grundlagen einer Kultur verzichtet hatte zugunsten der Religion. Weil man gesagt hatte, alles Wissen befinde sich im Koran und außer des Korans ist alles teuflisch und islamisch. Und Gott kann uns nicht segnen, wenn wir so weitermachen. Wir müssen uns von der Philosophie und von der Chemie und von der Mathematik und von dieser Medizin lösen und wir sollten uns aus unserer Religion besinnen. Das ist das, was die arabisch-islamische Welt in die Isolation hinein katapultiert hatte. Und das ist nicht nur einmal in der Geschichte passiert, sondern das wiederholt sich immer und immer wieder. Irgendwann, nach dem Einfall der Mongolen, war die Zeit der Araber vorbei. Und da gab es zwei neue Mächte, die das Schicksal der islamischen Welt bestimmten. Die Türken und die Mongolen. Die Türken, die Mongolen, kamen bis nach Indien, haben Königreiche errichtet und die Türken, das wissen die Europäer mittlerweile auch, haben ein großes Reich errichtet. Und waren irgendwann zahlenmäßig und auch von der militärischen Ausrüstung her viel stärker als die meisten europäischen Mächte. Und sie kamen bekanntlich bis vor den Türen von Wien, haben ganz Griechenland und den Balkan unter ihrer Kontrolle gebracht davor. Aber, weil sie sich auch vom Kultur des Wissens später distanziert haben, weil sie sich nur auf das Militär konzentriert haben, aber nicht auf die Kultur und das Wissen und die Wissenschaft und die neuen Technologie eingelassen haben. Dann war es bald auch vorbei. Ein einziges Ereignis hat eine große Rolle dabei gespielt. Nämlich, die Erfindung des Buchdrucks hat nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Wissensrevolution genutzt. Weil der Buchdruck hat zu einer Privatisierung des Wissens geführt. Früher durften nur die Adligen und die Kirchen das Monopol über das Wissen haben. Latein war die Sprache des Wissens und die meisten Leute haben kein Latein gesprochen. Aber mit dem Buchdruck, mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche durch Martin Luther, durch die Verbreitung dieser Bibelschriften, aber später auch philosophischen Schriften, da fand das Wissen eine größere Verbreitung. Früher musste etwas mühsam, die Kopie eines Buches herzustellen, die mit der Hand geschrieben wurde. Aber mit dem Buchdruck, da konnte man sehr viele Bücher, sehr viele Kopien erstellen und in die Welt hineinschicken. Als diese Erfindung kam, hat der Großmufti im Osmanischen Reich den Buchdruck als Teufelsmaschine abgelehnt. Ja, man hatte Angst, dass durch den Buchdruck falsche Auslagen des Koran in Umlauf gebracht werden. Man hatte Angst, dass die Gelehrten die Kontrolle über den Koran und über den Islam, über die Deutung des Koran verlieren. Und da hat man ein zweites Mal in der Geschichte des Islam zugunsten der Religion auf Kosten des Wissens eine Fehlentscheidung getroffen. Und so blieb die islamische Welt fast 400 Jahre lang verschont vom Buchdruck und damit isoliert. Man wusste nicht, was in der Welt passiert. Später kam nach der Reformation und nach dem Humanismus in Europa, da kam die Aufklärung. Und da wurden die Gedanken in Europa diskutiert über den Gesellschaftsvertrag oder Kontrasozial von Rousseau, Gedanken über die Toleranz von Voltaire und von Goethe und von Kant, die Ideen über die Freiheit des Individuums und vor allem die über die Vernunft und die Rolle der Vernunft in der Sache. Ich entführe sie zurück zum 9. Jahrhundert in der islamischen Welt. Ähnliche Gedanken wurden damals auch gehandelt. Wir hatten im 9. Jahrhundert eine religiöse Rechtsschule, philosophische religiöse Rechtsschule namens Al-Mu'tazila, und für die war die Vernunft die höchste Instanz im Umgang mit der Religion. Und das war ein sehr guter Anfang. Wir hatten im 10. und im 11. Jahrhundert Philosophen wie Avicina oder Al-Farabi. Avicina sagte die Vernunft als der Weg, auch wenn man Gott finden will, dann sollte man ihn nicht über Texte, sondern über die Vernunft finden. Al-Farabi, ein großer Philosoph, hat gesagt, Für mich ist der Philosoph höher gestellt als der Prophet. Denn der Philosoph kann seine Gedanken und Argumente vernünftig belegen, der Prophet nicht. Und das stimmt. Der Prophet braucht nur zu sagen, Gott hat mir offenbart, oder das ist die Wahrheit, und die Gläubigen müssen blind gehorsen und alles glauben. Das ist ja die Essenz des Glaubens. Also wenn Glauben wissenschaftliche Beweise hätte, dann wäre kein Glauben, sondern es wäre ein Zweig der Wissenschaft oder der Philosophie. Aber deshalb ist das Glauben, weil man das nicht belegen kann. Und das haben muslimische Philosophen im 10. Jahrhundert schon ausgehandelt und Abhandlungen auch geschrieben. Wir hatten einen Erkenntnistheoretiker ganz früh im 10. Jahrhundert. Hassan ibn al-Haysam in Europa als al-Hazen bekannt. Er war der Erste, der die ersten Ansätze einer Erkenntnistheorie schon entwickelt hatte. In dem er gesagt hatte, wir müssen an unser Forschungsobjekt rangehen wie eine Tabula rasa. Als würden wir nicht vorher gewusst. Und wir sollten nicht von unserem Vorwissen, aber auch nicht von unserem Glauben kontaminiert werden. Wir müssen urteilsfrei oder vorurteilsfrei mit unserem Forschungsobjekt umgehen und wir sollten nicht glauben, was die Alten uns erzählt haben, sondern durch Experimente, durch Vernunft, durch Logik zu Erkenntnis kommen. Das sind eigentlich die ersten Samen einer Erkenntnistheorie. Aber all das hatte keine Bewegungsnamensaufklärung in der islamischen Welt zustande gebracht. Es waren kleine Rinnseele, die in der Wüste vereinsam liefen und sich nie zusammengetroffen haben zu einem Stromnamensaufklärung. Es waren geniale Aufklärer. Es gab Ausklärer, aber keine Aufklärung, weil daraus keine Massenbewegung entstanden ist, die die Bildung, die die Kultur, die das Wissen geprägt hat, wie in Europa ab dem 18. Jahrhundert. Und deshalb verstehe ich, es gibt deutsche, aber auch orientalische Islamwissenschaftler, die gerne von einer islamischen Aufklärung sprechen. Da sollte man vorsichtig sein mit diesem Begriff. Denn Aufklärung bedeutet, Vernunft ist die höchste Instanz. Nicht Religion. Und das war zu keinem Zeitpunkt eine politische Realität in der islamischen Welt. Aufklärung ist nicht nur eine Theorie, sondern Theorie und Praxis und gesellschaftliche Realität. Es gab die Aufklärung als Theorie schon in den Köpfen von Al-Hazen und Avicina und Averois und Al-Farabi und viele, viele andere, Al-Kindi. Ich kann eine sehr lange Liste für Sie dann hier errichten, von guten Philosophen. Aber sie haben es nicht geschafft, eine Bewegungsnahmes Aufklärung durchzusetzen. Sie blieben Einzelkämpfer. Und das Gleiche ist auch im 19. Jahrhundert passiert. Es gab viele Figuren in Ägypten, in der Türkei, im Iran, in Maghreb. Sie haben in Europa studiert, wo Alimentaris kamen zurück mit wunderbaren Gedanken. Aber sie fanden da keinen flussbaren Boden, weil die Menschen vom Aberglaube schon verseucht waren. Und haben diese Leute, die Gedanken dieser Leute, als bestämtlich empfunden. Und da kommen wir zur Entstehungsgeschichte des Islam, weil da, da ist der Wurm drin. Die Stammeskultur, die Kriegsbeute und der Glaube, das sind die Säulen einer islamischen Identität. Und da passt die Aufklärung überhaupt nicht, die das Individuum im Mittelpunkt der Gesellschaft betrachtet. Und die Freiheit als ein hohes Gut betrachtet. Das für die Religion und für die Stammeskultur kann das Individuum nur funktionieren als Diener der Gemeinschaft, als Soldat Gottes. Und deshalb hat die islamische Welt bis heute ein Problem mit der Aufklärung. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine muslimischen Aufklärer haben. Wir haben genug. Ich kenne persönlich Dutzende von aufgeklärten Muslime. Und die gibt es zu Haufen, aber sie sind nicht die Mehrheit. Und sie sind unfähig, aus ihren Gedanken einen Strom zu machen, der die Gesellschaft mitreißt. Der die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Realitäten verändert, zugunsten einer modernen Gesellschaft. Sie leben entweder im Exil oder im Gefängnis oder sie haben Angst, sich zu zeigen und zu sagen, was sie wirklich denken. Das ist die Realität heute. Das Gleiche gilt für Muslime in Europa. Es gibt viele wunderbare Muslime hier, die zirkulare Zinn, die ausgeklärt sind. Aber wir haben es bis heute nicht geschafft, die muslimische Community auf ihrer Seite zu gewinnen. Weil die muslimische Community hier leider nach wie vor nach diesen drei Prinzipien funktioniert. Mein Stamm, mein Glaube, meine Kriegsbeute. Das sollte mir nicht nehmen. Wir werden in elf Tagen Wahlen in der Türkei haben. Diese Wahlen sind so knapp, dass sie, ja, in jeder Seite umkippen können. Und Sündlein an der Waage werden die Deutsch-Dürken, die hier leben. Und ich befürchte, sollte Erdogan diesmal wieder gewinnen, dann werden sie dafür auch verantwortlich sein. Es gibt, und ich kenne auch in der Türkei, viele brave Menschen, zirkulare Menschen, nette Menschen, auch gläubige Muslime, die aber nicht die Religion überall haben wollen in der Politik und in der Gesetzgebung. Die gibt es auch. Muss man auch fairerweise sagen. Es ist nicht automatisch. Diese Dichotomie oder diese Aufteilung. Gläubige Muslime sind nicht zirkulare und zirkulare Muslime sind aufgeklärt. Nein, es gibt auch zirkulare Muslime, die nicht aufgeklärt sind. Das ist ja kein Synonym. Aufklärung braucht viel mehr als zirkularismus. Und man kann gläubig sein und trotzdem zirkular sein. Dann ist Glauben für ihn eine Privatsache. Und viele in der Türkei sehnen sich endlich mal wieder eine zirkulare Gesellschaft zu haben, wo die Religion die Menschen nicht mehr manipuliert. Und sie kämpfen seit Jahren, um Erdogan loszuwerden. Und sie werden von den Deutschtürken leider in den Rücken gefallen. Die Deutsch-Türken, die Erdogan zum Sieg verhelfen, aber nicht die Konsequenzen aus seinem Sieg in der Türkei mittragen, sie müssen nicht darunter leiden. Und die Abwesenheit der Aufklärung ist der Grund dafür, dass die Religion immer wieder im Stande ist, die Menschen total zu vernebeln und die Vernunft total auszuschalten und daraus einen Identitätskampf zu machen. Es gibt Wahlplakate von Erdogan, darauf steht, auch in Deutschland, darauf steht, tu es für dein Glauben. Er hat daraus einen Glaubenskrieg gemacht. Da wo es nur um Politik und Interessen der Bevölkerung geht, da gewinnt die Religion immer mit dieser Veränderung der Spielregeln der Demokratie. Und da ist Erdogan ein Weltmeister im Umdrehen der Spielregeln der Demokratie. Er hat es schon als Bürgermeister damals von Istanbul gesagt, die Demokratie ist nur unser Zug, bis wir am Ziel gekommen sind. Und die Moschee sind unsere Kaserne. Und die Minarette sind unsere Speere. Das ist seine Sprache. Dafür wurde er ja ins Gefängnis gesteckt. Damals. Aber die naiven deutschen Islamwissenschaftler haben ihn damals bejubelt als ein moderner Islamist, als Brückenbauer zwischen Europa und der islamischen Welt. Und wir, die vorgewarnt haben und gesagt haben, der ist, man kann nicht sagen, er ist ein Wolf im Schafbild. Der war immer ein Wolf im Wolfsbild. Immer. Man konnte das schon sehen. Er musste es nicht einmal vertuschen. Aber da wurden wir alles Rassisten damals bezeichnet. Und die anderen, da waren die Multikulti. Da waren die Toleranten. Und da wurde die türkische Community in Deutschland innerhalb von 15 Jahren total manipuliert. Ich lebe in Deutschland seit 28 Jahren. Als ich angekommen war, da waren die Türken für mich Vorbild. Ich war säkular. Auch diejenigen, die gläubig waren, die haben das in der Moschee praktiziert. Aber danach waren sie ganz normale Menschen. Und die Religion war kein Thema an Schulen, Sportclubs, Gerechtsseelen und so weiter. Die Religion war Privatsache für sie. Aber dann kam Erdogan und hat auch ein Potenzial entdeckt. Diese Deutsch-Türken brauche ich, um Druck auf Deutschland auszudenken. Und das hat er mit Bravour gemacht. Und dann plötzlich war die Religion Hauptidentitätsmerkmal von den Leuten. Und zwar überall. So entsteht keine Aufklärung. So modernisiert sich die Community nicht. So bleibt die Minderheit immer eine Minderheit, die immer von Paranoia lebt. Dass die anderen irgendwie mit uns etwas vormachen. Sie wollen unsere Identität unterwandern. Sie wollen uns vereinnahmen. Und Erdogan spielt genau mit den gleichen drei Prinzipien, die den Islam da machen. Sie wollen das Stammesbewusstsein, die türkische Identität, den Nationalismus und der Glaube und die Kriegsbeute. Und eines Tages wird Erdogan den Türken helfen, das Osmanische Reich wiederherzustellen und Europa zeigen, wo die Grenzen sind. Das ist ein sehr attraktives Traum für einen Jölk-Türken, der hier ein armseliges Leben führt. Der sucht Arbeit, findet Kain. Er spricht nicht so gut Deutsch. Der wartet darauf, dass sein Sultan eine Renaissance des Islam in Europa herbeibringt. Und dann hat er endlich seine Rache. Dann hat er endlich sein Projekt vollendet. Und jede fehlgeleitete Modernisierung in der islamischen Welt ging nach dem gleichen Muster. »Ach, vergiss es mit der Wissenschaft und mit der gesellschaftlichen Umwandlung und mit Bildung. Ach, das ist so mühselig und das dauert so ewig lang und wir können nicht mit Europa, wir können nicht einmal mit China und Russland mithalten. Dann lasst uns unsere Energie auf die Religion konzentrieren. Dann werden die Spielregeln über Nacht verändert. Dann erobern wir wieder die Welt. So entstehen Terroristen. So entstehen Fundamentalisten, die sich weigern, am modernen Leben teilzunehmen. Und deshalb habe ich auf dieses Buch geschrieben, um die ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende zu erzählen. Ich habe das Buch nicht nur auf Deutsch geschrieben, sondern auch auf Arabisch. Das Buch auf Arabisch war ein Riesenerfolg in Ägypten, war Bestseller auf der Kairoer Buchmesse. Und junge Menschen verschlingen das Buch und lesen zum ersten Mal eine Geschichte aus einer total anderen Perspektive. Und begreifen die Machtstrukturen, die mit der Religion von Anfang an und bis heute nach dem gleichen Muster abläuft. Und seit, das schreiben mir sehr viele, jetzt habe ich endlich begriffen, wo das Problem liegt und warum sich das immer wieder wiederholt. Das war meine einzige Motivation, damit man versteht, wo alles entstand. Ich habe das in einer einfachen Sprache geschrieben, damit man das wie ein Roman liest und damit man all diese Phasen vergleicht. Ich habe heute nicht alles erzählt, nicht einmal fünf Prozent davon, aber da werden Sie erleben oder erfahren vom Buch. Was war da los in Indien? Und was war da in Zentralasien? Und wie ist das Osmanische Recht wirklich entstanden? Das war genau nach dem gleichen Prinzip von Stamm, Kriegsbeute und Glaube. Die ersten Osmanen waren nicht gläubige Muslime wirklich. Viele von ihnen waren Heiden. Aber sie haben gemerkt, der Rest von Byzanz schwächelt und wir können jetzt Byzanz erobern. Dann haben sich die Stimmen zusammengetan und haben Konstantinobel anbegriffen. So funktionierte das damals und das ist das Gleiche. Religion, Kriegsbeute, Stammesbewusstsein. Aber um ein modernes Leben zu führen, für uns alle, das gilt nicht nur für junge Muslime. Das gilt auch für junge Deutsche, die immer noch vom Heiligen Romischen Reich träumen oder sogar vom Dritten Reich. Sie haben von der Geschichte nichts gelernt. Sie haben nicht gelernt, dass genau diese Stammeskultur, dass diese Clan-Mentalität die Kulturen zugrunde richten. Sie haben nicht verstanden, dass diejenigen, die am lautesten Heimat schreien, die am lautesten schreien, dass sie ihre Heimat retten wollen, dass sie genau diese Heimat erwürgen. Dass sie genau diese Heimat, diesen Potenzial wegnehmen für eine moderne Gesellschaft. Die deutsche Politik ist mit dem Islam überfordert. Man weiß nicht, was man tun sollte. Und man glaubt, gib den Muslimen, was sie wollen, dann haben wir Frieden in dieser Gesellschaft. Sie wollen Moschinen bauen, lass die Moschinen bauen. Sie wollen Islamunterricht anschulen, gib ihnen Islamunterricht anschulen. Man weiß mittlerweile, was man Muslimen anbieten kann, aber man weiß nicht mehr, was man von ihnen verlangen darf. Und das ist das Hauptproblem der Integration. Es gibt Angebote, aber es gibt keine Gebote. Aber diejenigen, die mit Glauben, Stammesbewusstsein und Kriegsbeute arbeiten, lachen sich ins Fäustchen und bauen ihre Machtstrukturen hier im Namen der Toleranz und der Freiheit und der Multikulturalität, um eben später diese Freiheit, diese Toleranz und diese Multikulturalität zu beenden, wenn sie mal an der Macht kommen. Das ist Ihr Ziel. Die Lösung kann niemals noch mehr Moscheen, noch mehr Islamunterricht und noch mehr Ermächtigung der Islamverbände in Deutschland, sondern die Lösung ist immer die Ermächtigung des Individuums. Bitte betrachtet die Muslime nicht als einen Block. Sie sind so divers, so heterogen und sie sind Individuen. Sie haben ganz andere Bedürfnisse, als man denkt. Sie brauchen gute Bildung, gute Arbeit. Sie brauchen nicht mehr diskriminiert zu werden wegen ihres Namens. Sie wollen, dass die Türen geöffnet werden, damit sie Teil dieser Gesellschaft werden. Sie wollen nicht dafür die ganze Zeit gehänselt werden, weil sie Türken sind oder Muslime sind und so weiter und so fort. Das sind die Mehrheit der hier lebenden Muslime. Aber man konzentriert sich auf die starken Gruppen, die vom Ausland gelenkt werden und denkt, das sind die Muslime in Deutschland. Und man ermächtigt sie noch mehr, man bietet ihnen, man wertet sie politisch auf und hofft, dass sie dadurch die Integration weiterbringen können. Aber Erdogan-Anhänger haben kein Interesse daran, dass die hier lebenden Deutsch-Türken in Deutschland integriert sind. Im Gegenteil, sie leben von der Lücke und von Misstrauen gegenüber der deutschen Gesellschaft. Und sie arbeiten daran, dass Muslime hier nicht integriert werden, sonst sind sie kein Druckmittel mehr gegen Deutschland und gegen Europa. Und am Ende des Buches biete ich einen Lösungskatalog aus mehreren Punkten. Erstmal benenne ich die zehn Probleme, die ich finde, die das Problem zwischen West und Ost darstellen. Und auch zehn Lösungspunkte, die werde ich nicht alle verraten, damit sie das Buch kaufen. Und damit wir auch etwas für die Diskussion übrig haben, ich freue mich auf Ihre Fragen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben es gehört, nur fünf Prozent von dem Buch haben Sie gehört. Die 95 Prozent warten da drüben. Aber wenn Sie noch Motivation brauchen, nicht gleich zu dem Buch zu rennen, dürfen Sie jetzt fragen. Ich hätte gerne eine Frage. Mein Name ist Volker Katanek. Und zwar, Sie sprechen von Religion in erster Linie vom Islam. Inwieweit könnte man das Wort Religion auch durch Ideologie ersetzen? Denn für mich ist Ideologie und Religion eins, egal welche Religion, egal welche Ideologie. Es ist nichts beweisbar, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und in allen sind sich ja Religionen und Ideologien einig. Der Zweck heiligt die Mittel. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr. Ja, da gehe ich mit Ihnen natürlich. Also jede Religion beinhaltet auch eine Ideologie. Und je nachdem, wie das Sündungsbewusstsein, das Sündungsbewusstsein dieser Religion ist und die politischen Ziele dieser Religion ist. Das Christentum war im Mittelalter sicherlich stärker ideologisch ausgestellt als heute. Und sie verzichtete, das Christentum christistisch nicht auf die Ideologie freiwillig, sondern wurde von der Aufklärung gedrängt, diese politischen Machtstrukturen aufzugeben. Und aus der Position der politischen Schwäche heraus wurde eine neue Position in der Gesellschaft ausgehandelt. Und so muss man es machen mit allen Religionen, allen Ideologien auch. Es gibt politische Ideologien, also es gibt eine Evolution der Ideologien sozusagen. Im 20. Jahrhundert, da spielte die Religion nicht mehr so eine große Rolle wie jetzt. Damals haben die politischen Ideologien diese Identitätskämpfe getragen. Da wurden diese ideologischen Kämpfe politisch ausgetragen. Da waren dann die Linken und die Konservativen, da waren die Blocks, da war dann der Westen und der Warschauer Pakt. Und da war der Kalte Krieg, hat das auch ausgeladen und dann, als dieser Konflikt nicht mehr genug war, um identitätsstiftend zu werden, da kam so eine esoterische Welle. Erinnern Sie sich, also die Yogamaten und so weiter an die Esoterikseminare damals. Und dann irgendwann war das auch nicht mehr beglückend oder nicht für die Massen zumindest. Und dann kehrte man zurück zu den konfliktbeladenen Ideologien und Identitäten. Und das ist nicht mehr nur so, hier ist Christentum und hier ist Islam und so weiter. Nein, da gibt es auch noch Mikroidentitäten, die entstanden sind. Die Hautfarbe spielt wieder eine Rolle. Wir dachten, es ist vorbei, also da alle Menschen sind gleich, egal welche Hautfarbe. Aber da kommt man jetzt auch mit seiner Hautfarbe und will auch, ich habe diese Hautfarbe, jetzt habe ich einen Anspruch. Die Migration hat früher nach dem Prinzip gestaltet und deshalb war Migration in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Da kam man nach Amerika und dann hatte man alle Chancen eigentlich offen. Und man hat damals gesagt, okay, du bist neu bei uns, zeig mir, was du kannst. Dann kann ich vermessen, wie weit du es in dieser Gesellschaft schaffen kannst. Also dein Bemühen und Abmühen entscheidet dein Schicksal. Heute ist es nicht mehr der Fall. Heute kommen die Migranten und wir sagen an der Pfote, zeig mir deine Wunden und deine historischen Verletzungen und ich vermesse, wie viel davor du von mir entlohnt wirst. Und ich entscheide, wie viel deine Wunden kosten. Das nennt man heute Identitätspolitik. Das nennt man heute teilweise auch Antirassismus oder Rassismus bekämpfen. Das nennt man Cancel Culture. So kann das Zusammenleben nicht funktionieren. Und die Religion spielt genau eine große Rolle. Da will ich wieder Religion zur Identität machen. Nicht nur zu einer spirituellen, versteckten Identität. Nein, die Sichtbarkeit der Hautfarbe, die Sichtbarkeit der religiösen Symbole. Beten gemeinsam auf dem Times Square in New York und im Englischen Garten in München. Da muss man sehen, dass wir viele sind, dass wir beten, dass wir unseren Glauben ernst nehmen. Und da verändert sich. Gebet sollte eigentlich etwas Besinnliches sein, so wo man sich versteckt, wo man Demut zeigt im Gebet. Nein, Gebet ist jetzt ein Zeichen des Stolzes. Ich zeig euch, wie viele wir sind. Ich zeig euch, wie sehr ich meine Religion ernst nehme und du nicht. Und das dann sehen die Rechten natürlich die Muslime, die jetzt in den Parks oder im Times Square beten und sagen, wir müssen auch unsere Identität wieder sichtbar machen. Wo ist die Bockflüte? Wir müssen wieder in die Kirche gehen oder mindestens eine Ideologie entwickeln, die auch so eine heilige Ideologie wie der Islam ist. Und dann schauen sie sich gegenseitig hoch. Es ist keine Frage nur von dieser Religion oder dieser Religion, sondern es ist eine Niederlage des Menschen, des Individuums, der sich ziehen lässt oder der sich ziehen lässt in diesen ideologischen Kämpfe, wo er nicht das Sagen hat. Der ist nur Kanonen füllen. Der denkt, dass er seine Identität verteidigt. Dabei weiß er gar nicht, welche Identität er verteidigt. Dabei ist er manipuliert und wird nur genutzt. Und da sehe ich das Hauptproblem von diesem ideologischen Aspekt der Delikür. Hallo, mein Name ist Zainab. Sie haben beschrieben, wie die islamische Welt im 8. Jahrhundert Alkohol, sexuelle Poesie und so weiter völlig normal gesehen hat. Mich würde interessieren, warum und wie wurde die islamische Welt so prüde? Weil der Westen sozusagen prüde Verhaltensweisen in die islamische Welt exportiert hat. Wie beurteilen Sie diese These? Was denken Sie dazu? Das ist wieder eine, diese These, also ich schätze Aligandr sehr und ich kenne sein Buch. Aber diese These, immer den Westen für alles verantwortlich zu machen, was für Scheiße sie gebaut haben. Das finde ich, entschuldigen Sie. Das finde ich intellektuell bedürftig und feige und träge. Wann kommen wir endlich aus dieser Liturgie heraus? Wann hören wir auf, immer den Westen für unsere Fehlentwicklung verantwortlich zu machen? Die islamische Welt hat auch den Westen kolonialisiert. Warum macht der Westen nicht die islamische Welt für ihre Probleme im Mittelalter verantwortlich? Wie konnte Europa sich lösen? Die Araber waren bis Andalusien und kurz vor Paris standen sie. Sie waren in Sizilien und Malta. Die Türken waren kurz vor Wien. Das war auch Kolonialismus. Das war auch eine Art Repression der Kulturen. Warum denken wir, dass alles was schief gelaufen ist, dass der Westen dafür verantwortlich ist? Das ist genau das, warum die Ausklärung ausgeblieben ist in der islamischen Welt. Weil die Selbstverantwortung fehlt und die Selbstkritik fehlt. Weil man immer nach einem Sündenbock im Außen wie im Innen sucht. Der Kolonialismus hat viel Schaden angerichtet in der islamischen Welt, gar keine Frage. Aber der Kolonialismus kam auch mit vielen Chancen. Wir kannten die moderne Bildung nicht, als die Franzosen nach Ägypten kamen mit Napoleon da. Wir kannten die Gerichte nicht mit einem Rechtsanwalt und mit Verteidigung und mit mehreren Instanzen der Justiz. Das kam alles mit den Kolonialherren. Es waren die Franzosen, die für uns Ägypter damals unsere alten frauenische Sprache entzifferten. Wir kannten unsere eigene Geschichte nicht. Das erste Buch, das Ägypten beschrieben hatte, geografisch und historisch und gesellschaftlich, war ein französisches Buch. Bildung, die modernen Schulen, die moderne Medizin. All das kam mit der Kolonialherrschaft. Ich relativiere nicht das Leid, das durch den Kolonialismus verursacht wurde. Aber ich wehre mich immer gegen diese Offenhaltung, die nichts bringt. Selbst die Brüder der Umgang mit Sexualität, selbst das wollen wir dem Westen in die Schuhe schieben. Steht das nicht im Koran drin, dass man nicht einmal eine Frau anschauen darf? Das steht im Koran, dass ein Mann eine Frau nicht anschauen darf. Da steht im Koran, dass nur im Rahmen der Ehe die Sexualität möglich ist. Warum will man das dem Westen in die Schuhe schieben? Das kommt davon, wenn die Religion alles im Leben bestimmt. Selbst was man mit seiner Frau oder mit seiner Freundin im Bett machen oder nicht machen darf. Das ist das Hauptproblem. Und das Problem war längst da, bevor es den Westen gab. Ich hätte zwar zehn Fragen, ich bin der Norbert aus Waldorf, ich mache aber nur eine. Und zwar, Sie sind, habe ich nochmal hier gelesen, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Ich war eigentlich zehn Jahre lang Mitglied der Islamkonferenz. Ich wurde vom damaligen Innenminister Demisieda berufen, um Mitglied zu werden. Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich dachte damals, die Idee war sehr gut. Das, was die Muslime selbst nicht geschafft haben, hat das Innenministerium das geschafft. Soniten, Schäden, Aleviten, zirkulare Muslime, kritische Muslime, Mitgläubigen, Türken, Bosniaken, Marokkaner, Ägypter. Das war eine sehr gute Mischung und sie haben mit dem Staat verhandelt über die Situation des Islam in Deutschland. Die Islamverbände, die eigentlich zahlenmäßig nicht alle Muslime repräsentieren, nicht einmal 20% der Muslime repräsentieren, waren aber überstark vertreten in dieser Islamkonferenz. Und ich und andere kritische Stimmen in der Islamkonferenz haben Themen eingebracht, die für uns wichtig sind. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Radikalisierung von jungen Muslimen in der Fremde. Was machen die Islamverbände, um sowas zu unterbinden, zum Beispiel? Wir haben auch über den Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen gesprochen. Aber die Islamverbände haben alle Themen, die wir eingebracht haben, abgelehnt und gesagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Wir wollen hier über Islamunterricht, über Imam Ausbildung und über Seelsorgevereine, über muslimische Krankenhäuser, also alle Projekte wie Geld vom Staat, Fördergelder fließen lassen. Und am Ende, als ich gemerkt habe, dass wir, die kritischen Stimmen, nur zur Zierde in der Islamkonferenz. Da wollte ich nicht mehr diese Rolle des Zweigenblattes spielen. Und da bin ich zurückgetreten dann vor zwei Jahren. Die Politik hat den Fehler gemacht, die Islamverbände, wie ich gesagt habe, politisch aufzuwerten, überstark zu machen. Und die sind jetzt Partner des Staates. Viele junge Muslime denken, sie können nur Karriere machen, indem sie Mitglieder dieser Verbände werden. Weil da werden die Posten verteilt. Und das finde ich ein riesen Fehler der Politik. Und dieser Fehler wurde nicht aufgehoben. Eigentlich, da ist sehr viel Zahnpasta aus der Tube rausgedrückt worden und die kann man nicht rückgängig machen. Also ich habe dieses Bild benutzt, um nicht das heftigere Bild zu benutzen, Metapher. Ja, da ist zu viel Scheiße in der Toilette rausgedrückt worden und die kann man nicht zurück in den Darm bauen. Okay. Mein Name ist Joachim Halter-Lundbeck. Ich bin hier in Heidelberg berufstätig als Krankenhausapotheker. Ich mache aber auch öffentliche Arbeit in öffentlichen Apotheken, habe sehr viel mit Muslimen zu tun. Ich habe auch Arbeit in Mannheim-Lutzenberg, Neckarstadt-West und diese Problembezirke. Also ich habe da ein bisschen Hintergrund. Der erste Punkt, was man klipp und klar sagen muss zu einer Genesung ist, dass man erst einmal in unserer Gesellschaft die Wahrheit sagen darf. Ja, und dass nicht alles durch politische Korrektheit niedergegeistert wird und sofort in irgendeine Hege. Denn die Wahrheit einer Bestandsaufnahme ist erst einmal die ganz große Grundlage. Und das zweite ist, man braucht Identität. Amerikas Aufstieg ist nur möglich, weil sie einerseits eine Identität haben, andererseits aber offen sind. Und so müssen wir es eigentlich auch machen. Wir müssen wieder zu unserer Identität finden, aber nicht unter Ausschluss der anderen, sondern durch Einschluss der anderen. Und jeder Apotheker weiß, wenn ich in eine Salbengrundlage etwas Fremdes einarbeiten will, brauche ich Zeit, ich brauche Energie und ich brauche eine gute Grundlage. Wenn die nicht da ist, wird Integration niemals gelingen. Genau. Also es ist sehr schön und wichtig, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. Und tatsächlich beginnt mein Buch genau mit dieser Thematik, die Verengung des Diskursraums, dass man nicht mehr wirklich im Stande ist, eine Diagnose zu erstellen, eine Analyse zu machen, ohne von allen Seiten angeschrien zu werden. Die Nazi-Keule kommt sehr schnell, der Vorwurf des Rassismus. Und wir befinden uns mittels einem ideologischen Kampf, der von rechts wie von links geführt wird und die Wahrheitsfindung badet in der Mitte sozusagen oder geht baden in der Mitte. Und das finde ich sehr bedenklich, denn eine Kultur kann sich nur entwickeln, wenn der Diskursraum offen ist und wenn wir viele Vermittlungsräume haben, wo man einfach seine Meinung sagen kann, aber wirklich bitte eine Meinung und nicht eine Beleidigung oder eine Schmähung oder eine Hetze oder Hass erfüllt. Und das ist genau richtig, was Sie gesagt haben. Man soll sich seiner Identität bewusst sein, aber es ist eine Identität, die aufnehmen kann, nicht eine Identität, die daraus eingerichtet ist, sich selbst zu definieren, indem sie sich immer von anderem ab- und ausgrenzt. Ja, hallo Herr Abdel-Samit, mein Name ist Lavan, ich komme aus Rojava, ich bin 2016 hier in Deutschland und studiere momentan Politikwissenschaften in Mannheim. Sie haben so viele Sachen angesprochen, also vor allem verheirrende Sachen, Integration oder wie auch immer halt, oder das mit Stämmen und so weiter. Meine Idee, also meine Gedanke ist so, dass beispielsweise nach dem Zerfall des Schmannischen Reichs wurden mit Hilfe der Westenhalts- und Zeitsbürgervertrag quasi die Länder in 22 arabische Stämmen quasi aufgeteilt hat. Und die Kriege beispielsweise, also die, äh, es gibt keine islamische Ideologie, also gerade ich will auch von einer Ideologie sprechen, nicht von einer islamischen Weltanschauung, die komplette arabische Halbinsel oder Araber und Türken, also versammeln halt unter einer Flagge. Die Türken hassen, äh, Ägypten, es gibt auch Spannungen, Barokkanhasen, also Algerien, Syrasen, Irak, also diesen Konflikt, genau. Ähm, boah, ich habe mich aufgeregt. Genau, also, ähm, das Bezug auf, ähm, Politik hier, was die, ähm, machen können halt, also, dass, ähm, dass wir alles in Westen, ähm, Schuhe schieben, dass die gemacht haben, beispielsweise die, ähm, Politiker hier, die werden, also, ähm, die, ähm, die Grau-Wölfe, also hier in Deutschland unterstützen halt. Also, die haben, die Moscheen sind alles von der Türkei quasi, ähm, finanziert, also sie kommen von der Türkei, also wie, wie finden Sie das halt, dass die Politik eigentlich auch von Westen wird Schuss halt, mit Waffen werden, mit Hilfe von Westen quasi, dort, äh, produziert und dann in Ukraine und andere Länder geliefert? Dankeschön. Ja, nochmal diese Geschichte mit dem Westen. Der Westen hat so viele Fehler gemacht, äh, da, das ist ein anderer Vortrag, äh, das ist, das kann man, kann man immer, äh, wieder betonen, hat immer die falschen Allianz, äh, so, man denkt, dass die Geschichte des Westen und der ist Islamismus, dass der Westen immer gegen den Islamismus war, der stimmt überhaupt nicht, also, äh, der Westen fand den Islamismus immer cool, wenn dieser Islamismus auf der richtigen Seite gekämpft hatte. Also, äh, und, äh, und das, das schon lange vor Seixspiko und vor dem Ersten Weltkrieg, das war damals Zeiten von Friedrich dem Großen, da fand er die Türken damals, äh, fast geil, weil sie gegen Russland gekämpft haben, das war damals im Sinne von, äh, von Friedrich, äh, den Großen. Übrigens, da kommt Lessing her, also Lessing war, äh, nicht unbedingt jetzt der große Aufklärer, wie man denkt, sondern hat damals sein Stück gemacht, weil es unter Friedrich dem Großen war diese Stimmung pro-Türkisch, pro-Smanisch, und da kam dieses Stück von Lessing, Nathan der Weise, kam damals, um, um eigentlich dem Herrscher ein bisschen zu schmeicheln und, äh, um, um ein Bestseller zu gelangen und das, seine Strategie ist auch damals, äh, aus, äh, gegangen. Es gab Islamismus, die im Ersten Weltkrieg auf der Seite von Deutschland gekämpft haben und welche, die auf der Seite von Frankreich gekämpft haben, gegenseitig. Also, der politische Islam war auch immer einsatzfähig für die Interessen des Westen, das ist gar keine Frage. Aber das empfindet uns nicht von der Selbstverantwortung. Jeder, der die Macht hat, versucht, seine Interessen durchzusetzen und jeder, der die Macht hat, ist dankbar für die nützlichen Idioten, die sich instrumentalisieren lassen. Und das ist einfach, damit wir nicht immer nur den Bestkindern. Mein Name ist Michael Theuring aus Freiburg. Herr Abdel-Samad, Sie haben heute, haben sehr viel gesprochen über die Aufklärung oder die Aufklärer in der islamischen Welt im historischen Kontext. Nun haben wir in unserem heutigen Kontext ja auch islamische Aufklärer in Deutschland, und Sie haben ja in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, diese sehr stark befördern wollen, indem Sie diese unterstützen. Ich nenne nur ein Beispiel, eben Saren Attisch beispielsweise, die ja ihre Moschee des modernen Islam nach unserem größten Aufklärer, Wolfgang Goethe, benannt hat. Welche Aussichten räumen Sie dieser Bewegung in Deutschland und in Europa ein? Ich will Sie nicht enttäuschen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die falsche Illusionen verkaufen, damit der Abend irgendwie so besinnlich beendet werden kann. Also meine Aufgabe als Intellektueller, als Schriftsteller, ist es nicht, sie zu beruhigen, sondern eigentlich sie zu beunruhigen, damit sie etwas verändern können, damit sie etwas tun können. Ich schätze Saren Attisch sehr, genauso wie ich Mohamed Khurshid schätze, so wie viele andere auch muslimische Aufklärer, die es tatsächlich auch reichlich gibt. Diese haben aber keine Strukturen, haben kleine Gemeinden, die wie Interessengruppen sind, die nicht wachsen, die auch nicht Muslime wirklich erreichen, und auch sie werden deshalb von der Politik vielleicht gelegentlich mit einem schönen Preis ein bisschen gefüttert und ein bisschen ruhig gestellt, mit ein paar Lobby-Worte oder mit einem Bundesverdienstkreuz vielleicht. Aber die wirklichen Fördergelder zum Beispiel gehen an die Erdogan-Anhänger und hat Muslimbrüder in meinen Organisationen. Und wenn die Unterstützung nicht von der deutschen Regierung kommt, dann kommt sie sicherlich aus der Türkei oder aus den Golfstaaten für diese radikalen Gruppie. Ich muss ehrlich sagen, meine größten Hoffnungen sind nicht in Europa und nicht in Deutschland. Meine größte Hoffnungen sind Frauen in der islamischen Welt selbst. Wenn ich sehe, was im Iran in den letzten Monaten passiert war, da kann ich nur den Code ziehen vor diesen mutigen Frauen. Das sind die wahren Feministinnen. Nicht die hier die ganze Zeit über Gendersprache streiten und alles hätten wie gar kein Anderer. Das sind die Frauen, die sich für die Freiheit der Frau von allen Fessen einsetzen. Und da sehe ich mehr Bewegung. Viele junge Menschen in der islamischen Welt, Frauen und junge Männer, sind empfänglich für Kritik. Ich habe vorhin erzählt, dass mein Buch ein Bestseller auf der Kairoer Buchmesse war, aus Arabisch. Und die Menschen lesen das Buch, diskutieren darüber und sind offen. Und die Marokkanische Zeitung hat über mich geschrieben, dass ich ein Ausklärer bin und dass meine Gedanken die Jugend zum Erwachen bringen. Also ich meine, die arabische Sprache ist immer so blumig und so weiter. Aber was ich sagen wollte, also im libanesischen Fernsehen hat die Moderatorin mir gesagt, wenn wir noch tausend Hamad Abdel-Samad hätten, dann würden wir die Probleme der arabischen Welt lösen. Und was bin ich in Deutschland? Man nennt mich Islamhasser. Ja! Das zeigt uns, wo das tatsächliche Problem ist. Da haben wir, die jungen Muslime in der islamischen Welt, haben mit vielen politischen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Und sie haben längst begriffen, dass auch die Religion einen Anteil an dieser Misere hat. Und dass man nicht diesen Anteil verleugnen kann. Sie sehen das in ihrem Alltag. Aber junge Muslime in Deutschland und Europa gönnen sich den Luxus, den Islam nicht als Gegenstand von Kritik oder Erforschung. Der Islam ist ein Gegenstand der Aufbewahrung, der Mystifizierung, der Glorifizierung. Das ist ein großes Problem, dass die Religion in der Fremden, in der Diaspora, eine große Rolle für die Identität spielt. Und dass die Menschen hier emotionaler werden und nicht rational denken. Und der Zugang zur Aufklärung ist die Rationalität, nicht die Emotionalität. Deshalb habe ich mehr Hoffnung in der arabisch-islamischen Welt, in Iran, teilweise in Indien und Indonesien. Da gibt es dynamische Bewegungen und da ist man offen für meine Kritik. Ich brauche in Libanon übrigens keinen Polizeischutz. Ich brauche in Dubai keinen Polizeischutz. Ich brauche in Marokko keinen Polizeischutz. Aber ich brauche in Berlin und in Paris Polizeischutz. Und das zeigt uns, dass hier etwas grundlegend falsch läuft. Ich stehe auf, damit Sie mich auch sehen können. Ich bin Akademiker an der Universität Heidelberg. Ich war lange Zeit auch in Frankfurt, habe Mitgewirkt an der Etablierung der islamischen Theologie. Dort bin Islam- und Politikwissenschaftler, so wie Sie. Ich danke Ihnen vielmals für den Vortrag, in dem ich vieles abgewinnen kann. Ich bin zwar nicht einer Meinung mit Ihnen, wenn es um die Entstehungs- und Offenbarungsgeschichte der Religionen geht. Ich komme aber Ihnen weitgehend mit, wenn Sie versuchen, die Religionsgeschichte oder den Islam, die islamische Kultur zu historisieren. Das braucht die islamische Welt, die Theologie. Und das versuchen wir ja auch ein Stück weit in der islamischen Theologie in Deutschland. Sie kennen ja die Leute. Ich habe aber zwei Einwände, nicht mit Bezug auf die Geschichte, sondern auf unsere Gegenwart. Und da möchte ich die Massen etwas in Schutz nehmen. Wir haben die Massen, also die muslimische Community, die sie teilweise zumindest unter den, oder von den Türken als Erdogan-Anhänger in Anführungszeichen abgestempelt haben. Ja, es gibt die. Leider kann ich auch sagen, ich bin auch sehr im Streit mit dieser Community, wobei ich nicht einfach die Schuld diesen Menschen zuschieben möchte. Und sie sind nicht einfach Erdogan-Anhänger. Deshalb, weil der Erdogan so eine gute Rhetoriker und überzeugt ist, das ist natürlich ein Grund. Aber ein anderer wichtiger Grund ist, und das haben Sie auch schon ansatzweise angesprochen, dass Sie auch hier in Deutschland oder in Europa Diskriminierung erleben, dass diese Diskriminierung Sie zu anderen, ja, Utopien oder Heilsversprechungen führt. Das wissen wir, das wollte ich betonen. Und zweitens möchte ich die deutsche Politik etwas in Schutz nehmen, dahingehend, dass sie auch schon durch die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen gebunden ist. Das wissen Sie. Und viele wissen wahrscheinlich auch, dass wir in Deutschland ein Religionsverfassungsrecht haben. Das besagt, dass eben Religionsgemeinschaften doch eine wichtige Rolle spielen, ihre Position haben, vor allem die Kirchen. Und dass Deutschland Gesprächspartner aus der muslimischen Seite sucht. Und da sind halt die muslimischen Organisationen angesprochen. Zwangsläufig. Das ist die verfassungsrechtliche Grundlage. Das kennen wir. Also das korporatistische System in Deutschland. Insofern fehlt mir in Ihren Diskussionen ein Stück weit ein ausführlicher Diskurs in säkularen und demokratischen Rahmenbedingungen. Islamkritik, ja. Aber das darf nicht einfach ohne die Reflexion, weitgehende Reflexion, mit Bezug auf die demokratischen Strukturen gehen. Und in dieser Hinsicht bin ich mit Habermas unterwegs, dass nämlich in der Demokratie die religiöse Rede auch sich in die Diskussion einmischen kann. Also vielen Dank. Es ist nicht meine Art, die Masse in Schutz zu nehmen. Es ist nicht meine Art, die Politik in Schutz zu nehmen. Ich bin immer auf der anderen Seite der Macht. Nicht auf der Seite der Macht, sondern jeder Intellektuelle muss eigentlich auf der anderen Seite und kritisch diese Macht kritisch beäugen und zu versuchen, durch diese kritischen Haltungen auch dass diese Machtstrukturen sich verändern. Sie haben von der verfassungsrechtlichen Grundlage gesprochen. Da haben wir in Deutschland tatsächlich eine verfassungsrechtliche Schieflage und nicht eine verfassungsrechtliche Grundlage. Was ist die Schieflage? Ich erkläre es Ihnen gleich. Ja, warten Sie, Sie wissen ja nicht, was kommt. Deutschland hat eine eigentlich eine sehr alte Schieflage längst bevor die Muslime gekommen sind. Im Umgang mit den Religionen. Seit der ersten Sekularisierungsversuche, die mit Napoleon gekommen sind. Die Trennung von Religion und Staat, die Enteignung der Kirchen und so weiter. Dann hat man eigentlich diese sogenannte Staatskirchenrecht, das heißt natürlich nicht so offiziell, aber ist medial so bekannt, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen. Dieses Staatskirchenrecht räumt den religiösen Gemeinschaften und Privilegien ein. Alles eine Entlohnung für die Enteignung der Kirchen von damals und für die Sekularisierung, damit die Kirchen die Sekularisierung mitmachen. Die letzte Bearbeitung und Veränderung dieses Staatskirchenrechts fand unter Hitler statt. Das heißt, in der Demokratie wurde dieses Gesetz gar nicht bearbeitet, sondern es wurde in die Verfassung weiterhin nach 1945 fließen und die Schieflage blieb, dass wir zwar ein säkularer Staat haben, aber nicht wirklich ganz säkular. Wo die Religion, und da rede ich jetzt über alle Religionen, Machtstrukturen haben, die ihnen nicht zustehen. Privilegien haben, Ja, ich mache meinen Gedanke zu Ende, dann können Sie eine Gegenrede machen. Damit es nicht zu einem Dialog führt, sondern ich erkläre das zu Ende, was Sie da gesagt haben. Dann haben wir eine Situation, wo die Religion sich in Bereichen einmäscht, wo sie nicht versuchen. Bereich Bildung, Gesundheitswesen und Seelsorge und Krankenhäuser in den Medien, zum Beispiel im Rundfunkrat, da sitzen die Religionen und Vertreter der Regionen und bestimmen, wer eingeladen wird und wer nicht. Und Sie werden immer merken, dass religionskritische Menschen, nicht nur islamkritische, sondern insgesamt religionskritische Menschen selten im Fernsehen kommen, als religiöse Menschen. Obwohl, obwohl die deutsche Gesellschaft zu 70 Prozent sich als säkular sieht, aber die Minderheit schreit lauter, hat Ressourcen, hat Machtstrukturen, hat die stärksten Lobbyisten im Lande und deshalb haben wir diese Schieflage. Dann kamen die Muslime dazu und sie wollen die gleichen Privilegien eigentlich haben, die die Kirchen haben. Da kommt das zweite verfassungsrechtliche Problem, das zweite verfassungsrechtliche Problem, nämlich die Gemeinschaften, die wir in Deutschland haben, die türkischen, die marokkanischen, die bosniaken und, und, und. Sie sind verfassungsrechtlich noch keine Religionsgemeinschaften und noch keine Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Diese ethnisch, kulturelle, nationale Vereine, diejenigen vertreten die Türkei und diejenigen vertreten die Ägypter und diejenigen vertreten die Brosniaken oder die Marokkaner. Das ist keine wirkliche Religionsgemeinschaft. Die eine Religionsgemeinschaft hat ein Lehramt, hat ein religiöses Oberhaupt. Wer ist das religiöse Oberhaupt der Muslime in Deutschland? Den gibt es nicht. In welchem Buch kann ich die Theologie lesen, die in den Moscheen in Deutschland unterrichtet werden oder gepredigt werden. Die gibt es nirgendwo. Die ist beliebig. Und das ist wie ein Fisch im Wasser. Das kann man nicht fangen. Und hier liegt das Problem. Wir haben zwei Probleme hier. A, dass diese Gesellschaft nicht durchzökularisiert wurde, wie sie sein sollte. Das ist ein Relikt aus den Zeiten des Heiligen Romischen Reiches übrigens, wo die Landesväter, die Fürsten, das Gefühl hatten damals, sie müssen für das Seelenheil ihrer Bevölkerung irgendwie zuständig sein. Sie müssen dann die Kirche unterstützen. Und wenn der Fürst protestantisch ist, dann müssen alle seine Untertanen protestantisch sein. Und da muss er dafür sorgen, dass sie auch seelisch ins Heil oder ihr Heil bekommen. Und dafür suchen jetzt auch die Landesväter, die Modernen, genau die gleiche Rolle zu spielen. Aber das sind Relakten der Vergangenheit. Die müssen reformiert werden und sie müssen verändert werden. Und mein Einsatz ist da ganz klar. Statt die muslimischen Gemeinschaften die gleichen Privilegien wie die Kirchen zu geben, müssen diese Privilegien von den Kirchen weggenommen werden. So sieht ein gutes Programm aus, wenn man mindestens 20 Fragen noch nicht ernst aufgreifen konnte. Weil, er hat es schon gesagt, sie sollen ja beunruhigt nach Hause gehen. Aber am besten mit einem Buch untermachen. Und das können Sie jetzt noch 15 Minuten lang signieren lassen. Danach ist Schluss. Wir müssen gehen. Vielen herzlichen Dank. Applaus